Hallo! Hallo, wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und ihr? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Maya. Und wie alt bist du Maya? Ich bin 10 Jahre alt. Gut, wo wohnst du? Ich wohne in Bitesch. Und hast du Wildwisser? Ja, ich habe einen Bruder. Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Sergio. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Okay, hast du Hobbys? Ja, ich habe viele Hobbys. Welche sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Schwimmen, Tanzen, Lesen und Singen. Okay, wie findest du Tanzen? Ich finde Tanzen interessant, interaktiv, entspannend. Und schön. Sag mir bitte Maya, was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende habe ich ein Buch gelesen und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Habe ich Wasser getrunken und gegessen und dann habe ich geschwommen. Geschwommen? Geschwommen. Also, wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Lorena. Und wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 48 Jahre alt. Kannst du deine Mutter beschreiben? Ein bisschen. Meine Mutter ist süß wie der Honig. Sie ist schön wie ein Engel. Sie ist gutherzig, ruhig und... Schön? Ja. Und fleißig? Ja. Okay. Liebst du viel deine Mutter? Ja, ich liebe sie viel meine Mutter. Kannst du bitte schon dein Schlafzimmer ein bisschen beschreiben? Ja. Es ist hell und geschmacksvoll dekoriert. Ja. Es ist viel voll mit Büchern und Spielsachen und entspannt. Und entspannt. Okay. Maya, wir haben hier zwei Bilder. Auf diesen zwei Bildern gibt es sechs Unterschiede. Kannst du bitte schon diese sechs Unterschiede identifizieren? Ja. Also, sag mir bitte. Auf dem ersten Bild sehe ich keinen Hund. Aber auf dem zweiten Bild sehe ich einen Hund. Wie ist der Hund? Der Hund ist spielerisch, energisch, prima. Ja. Okay. Hast du einen Hund? Ja, ich habe einen. Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Alfie. Okay, gut. Sagen wir bitte weiter. Auf dem ersten Bild sehe ich viele Wolken. Okay. Der Himmel ist bedeckt. Aber auf dem zweiten Bild sehe ich keine Wolken. Die Sonne scheint. Gut. Sehr gut. Auf dem ersten Bild sehe ich einen blauen Delfinsschaukel. Aber auf dem zweiten Bild sehe ich einen violetteten Delfinsschaukel. Sehr gut. Auf dem ersten Bild sehe ich ein Mädchen, auf dem Delfinsschaukel. Aber auf dem zweiten Bild sehe ich keine Mädchen, auf dem Delfinsschaukel. Okay. Auf dem ersten Bild sehe ich der Junge hat in der Hand ein Buch. Aber auf dem zweiten Bild der Junge hat in der Hand einen Ball. Okay. Auf dem ersten Bild links unter sehe ich einen Ball. Aber auf dem zweiten Bild links unter sehe ich einen Mädchen neben dem Ball. Okay, sehr gut. Perfekt. Tschüss.